Im Mai möchten wir die Baugenehmigung haben. Das ist unsere Idee. Und dann im Oktober möchte ich ungefähr anfangen abzureißen und neu zu bauen. Der hat da was vor. Der will da für die nächsten, für viele Jahre viel Geld verdienen. Steckt nichts anderes dahinter. Wir profitieren davon allerdings. Wir wollen nicht raus! Wir wollen nicht raus! Wir wollen nicht raus! Unser Film beginnt Weihnachten 2011. In den Treppenhäusern der Zinkhüttensiedlung scheint die Welt noch in Ordnung. Doch hinter den Wohnungstüren herrscht Ratlosigkeit und Zukunftsangst. Ich mache gar nicht daran denken, dass ich hier ausziehen muss. Eben. Ich hoffe ja, bis die so weit sind, dass ich vorher schnell sterbe, damit ich hier nicht mehr raus muss. Es frisst einen irgendwie auf. Und ich weiß nicht, wir sind fast alle hier über 70 Jahre. Ja. Der große Teil, ja. Wie kommt man jetzt überhaupt noch mit einer neuen Wohnung zurecht irgendwie? Ich weiß es nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin traurig. Ob die den Verstand ausschalten oder irgendetwas, wenn man sowas entscheidet? So viele Leute hier einfach weg? Das Geld regiert die Welt. Das ist jetzt. Das ist eine Geldgesellschaft. Die Gefühle bleiben auf der Strecke. Überall. Man muss ja nur Nachrichten gucken. Siehst du ja, wo überall betrogen wird und was sich alles... Es geht nur noch um Geld. Es bleibt alles auf der Strecke, was wir uns hier aufgebaut haben und was sie früher noch war. Die Menschlichkeit. Die Zinkhütten-Siedlung liegt im Duisburger Norden, zwischen Schwerindustrie und Autobahn. Gleich hinter der verlassenen Rhein-Ruhr-Halle und der denkmalgeschützten Stadtbad-Ruine. Knapp 1000, meist ältere Menschen leben hier. Jetzt sind die 394 Wohnungen der Siedlung einfach nur noch im Weg. Denn die Stadt Duisburg hat große Pläne mit dem Gelände. Ein Investor will an dieser Stelle ein modernes Factory-Outlet-Center eröffnen. Schon in einem Jahr soll es hier so aussehen. 140 noble Geschäfte in reviertypischer Architektur mit Flaniermeilen dazwischen. Ein Magnet soll es werden. Für Menschen aus nah und fern. Im Handstreich hat der niederländische Investor Roger Seyvenheck den Duisburger Stadtrat erobert. Die Zustimmung dort ist nahezu einstimmig. Sein größtes Problem, wohin mit den Parkplätzen? Millionen sollen kommen, aus dem ganzen Ruhrgebiet. Und Millionen sollen sie ausgeben im neuen Outlet-Center. Ursprünglich sollte das Projekt viel kleiner werden. Da ging es nur um das Gelände des ehemaligen Stadtbades und der daneben liegenden verwaisten Rhein-Ruhr-Halle. Doch Investor Seyvenheck verlangte zusätzlichen Raum für viele Parkplätze. Da bot sich das Gelände der Zinkhüttensiedlung an. Der Stadtrat sicherte zu, den Kauf des Grundstücks von dem privaten Eigentümer zu unterstützen und den Bebauungsplan entsprechend zu ändern. Dass dort tausend Menschen ihre Heimat verlieren werden, wird nicht als großes Problem gesehen. Hauptsache, der Investor ist zufrieden und davon überzeugt, dass er in Duisburg an der richtigen Adresse ist. So einen Standort wie hier findet er nicht wieder. Was hat er stolz erzählt? Unter verkehrlichen Gesichtspunkten der zweitbeste Standort in Europa, das werden die überprüft haben. Was den Merkantilen-Aspekt anbelangt, immerhin der beste. Dann hat er das Grundstück gekauft. Ein bisschen hat er sich gebunden. Nein, da bin ich zuversichtlich. Die Stadt selbst prüft also nicht. Ende Januar 2012. Bei der German Development Group mit ihrem Chef Roger Seyvenheck beginnt ein neuer Arbeitstag. Von hier aus wird das Factory Outlet Center für Duisburg geplant und vermarktet. Roger Seyvenheck ist guter Dinge. Alles läuft bisher nach seinen Vorstellungen. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer der Zinkhütten-Siedlung, der Immobilienfirma Imeo, waren erfolgreich. Jetzt gehört die Siedlung der German Development Group. Mit Walter Ziegler, einem der Geschäftsführer von Imeo, arbeitet Roger Seyvenheck seitdem eng zusammen. Dabei geht es immer um die Menschen, die noch in der Zinkhütten-Siedlung leben und von dort jetzt möglichst schnell verschwinden sollen. Offenbar hat Investor Seyvenheck geschickt verhandelt und darauf bestanden, dass Walter Ziegler und die Imeo dafür verantwortlich sind, dass die Mieter die Siedlung noch in diesem Jahr verlassen. Die Leute dürfen keine Angst mehr haben, dass sie wirklich da bleiben. Die können uns einfach nicht rausschmeißen. Wir wollen keiner will ausziehen. Wir wollen da bleiben, da leben wir 50 Jahre mit unseren Familien und keiner will da wirklich weg. Und dann ist das Wichtigste, wir wollen die Leute nur beruhigen, die Angst nehmen. Sie sollen sich von Imeo nicht unter Druck setzen lassen. Keiner muss ausziehen, es gibt keinen Grund dafür. Und auch wenn Imeo sagt, es ist verkauft, das kann nicht sein, dann haben die wieder gemauscht und wir glauben es nicht, weil da müssten Verträge da sein. Und Imeo, wenn sie verkauft, dann meinen Investor. Aber der Investor kauft doch die Katze nicht im Sack. Der hat ja dann dasselbe Problem mit uns, wir ziehen ja trotzdem nicht aus. Wir bleiben da wohnen. Sie malen Plakate, diskutieren Bebauungspläne, reden sich die Köpfe heiß. Die Menschen vom Zinkhüttenplatz proben den Aufstand. Für die meisten hier ist es der erste ihres Lebens. Sie sind wütend und verzweifelt zugleich. Von der Stadt Duisburg fühlen sie sich verraten und verkauft. Manche Bewohner der Zinkhütten-Siedlung nehmen an solchen Versammlungen gar nicht teil. Sie haben nichts dagegen umzuziehen, wenn nur einer die Kosten übernimmt. Imeo hat deshalb ein Büro in der Zinkhütten-Siedlung eröffnet, um solchen Mietern neue Wohnungen zu vermitteln. Schnell soll es gehen. Denn sind die ersten Mieter erst weg, kommen die anderen vielleicht hinterher. Chef im Büro ist Peter Mörsdorf. Im Auftrag der Imeo ist er allein dafür verantwortlich, die Bewohner mit freundlichen Worten und dem Angebot großzügiger finanzieller Unterstützung zum Umzug zu bewegen. Viele sehen die Umzugswagen, die haben Angst, keine Wohnung zu bekommen. Ist natürlich nicht maßgebend, nur die Leute haben natürlich Angst, was auch verständlich ist. Aber das ist der ursprüngliche Grund, warum immer mehr Leute hier erscheinen und gerne umziehen möchten. Im Februar verlassen die ersten Mieter die Zinkhütten-Siedlung. Die Bürgerinitiative kämpft immer noch mit zahllosen Aktionen gegen den Abriss. In dieser Zeit wird auch der Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland von den Bürgern aus dem Amt gejagt. Die Amtsgeschäfte übernimmt Stadtdirektor Peter Greulich. Anfang März findet die erste offizielle Bürgerbeteiligung zur Planung des Outlet-Centers statt. Roger Seyvenheck erträgt dort alle Kritik mit stoischer Gelassenheit. Er ist sich sicher, die Zeit arbeitet für ihn. Es ist Projektentwicklung und es ist kein Gambling, aber wir sehen das eigentlich doch als eine sichere Sache, dass wir das durchziehen. Die Presse aber berichtet mit viel Sympathie für die Bürgerinitiative. Die Stimmung im März ist gegen das Outlet-Center. Ein Alarmsignal für Peter Greulich, den neuen Oberbürgermeister in Vertretungsstellung. Er erklärt sich bereit, uns zu zeigen, warum er das Factory Outlet-Center unbedingt haben will. Er führt uns in die dunkelsten Ecken von Duisburg, dorthin, wo der Verfall der Stadt am sichtbarsten wird. Hier in Duisburg-Bruckhausen ist es nicht schön. Der Bagger reißt das Elend ab. Statt verfallender Jugendstilfassaden soll hier künftig ein Grüngürtel das Klima verbessern. Hier gab es keinen Investor und für Greulich deshalb auch keine Zukunft. Hier haben die Leute vor Ort mit den Füßen abgestimmt. Die Wohnverhältnisse, die Lebenssituation, die gesundheitliche Situation war so schlecht, dass die Bevölkerung schrittweise abgewandert ist. Was geblieben ist, sind leer stehende Gebäude. Die Sanierung dieses Stadtteils hier ist allerdings auch nicht reibungslos verlaufen. Auch hier haben die Bewohner um ihre alte Heimat gekämpft und verloren. Peter Greulich ist deshalb hier nicht überall willkommen. Für den Sprecher der alten Protestbewegung ist er noch immer ein rotes Tuch. Sie trauen sich noch hierher. Ja, warum soll ich das nicht tun? Ja, weil Sie das zu verantworten haben. Natürlich, das weiß ich. Ach, und Sie wissen, dass hier Leute aus Ihren Häusern vertrieben werden. Haben Sie auch zu verantworten? Also was ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen von alleine und gern gegangen sind, weil sie bei den Umständen hier existieren. Ja klar, von alleine, die Sie geschaffen haben. Sie haben die hier schon seit Ewigkeiten geschaffen. Also, es gibt solche und solche Stimmen. Ein großer Teil der Menschen hier aus Bruckhausen sind gern und freiwillig gegangen. Die Menschen, die hier im Sanierungsgebiet gewohnt haben, sind alle nicht freiwillig gegangen. Die haben Sie und Ihre Truppe aus dem Stadtrat verjagt. Die haben wir getzwungen? Richtig, vertrieben. Okay, aber diesen Beitrag machen wir vielleicht an einer anderen Stelle. Wir sprachen über ein ganz anderes Thema. Vielleicht wollen Sie sich mit Herrn Hagedorn zu einem eigenen Betriebler treffen? Ich finde es unglaublich, dass Sie sich hierher trauen und sich vor sowas filmen lassen. Ich muss mich schämen, weil wir gerne hierher sprechen. Wir können mit sprechen, die beiden wollten wir auch. Im April gibt es Hilfe für die Bewohner der Zinkhütten-Siedlung aus ganz unverhoffter Richtung. Richard Wittsiepe, Wirtschaftsprüfer und einer von 13 Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt in Duisburg, hat auf eigene Faust recherchiert, um mehr über die German Development Group und den Investor Roger Savenack zu erfahren. Dabei stößt er auf ein komplexes Firmengeflecht aus holländischen und englischen Firmen. Sein erstaunliches Fazit? Man tritt hier auf wie ein riesengroßer Investor, der große Erfahrung hat und sozusagen für den es überhaupt kein Problem ist, so ein 100 oder 130 Millionen Euro Projekt zu stemmen. Schaut man aber in die Unterlagen, dann sieht man kleine Firmen ohne Kapital. Und Anspruch und Wirklichkeit klaffen äußerst weit auseinander. Und deshalb finde ich es unverantwortlich, jetzt die Bewohner der Zinkhütten-Siedlung, die älteren Duisburger Mitbürger, aufgrund einer solchen Konstellation derartig zu verunsichern. Witt Siepe, der die Ergebnisse seiner Recherchen auch in der Zeitung veröffentlicht, findet nichts, was bisher auf eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit der beteiligten Firmen hindeutet. Nicht einmal der geplante Betreiber des Outlet-Centers, die englische Firma Freeport Retail, scheint über nennenswerte Referenzen zu verfügen. Für den Wirtschaftsprüfer sieht es aus wie eine einzige Luftnummer. Es ist einfach so, dass man jede Information, die man seitens Herrn Seveneck, den Firmen, oder auch dieser Freeport Retail erhält, übers Internet oder so, dass die keiner Prüfung standhält. Die sind nicht belastbar, die Informationen. Was glauben Sie, was das für Firmen sind? Ja, ich weiß ja, was das für Firmen sind. Ich habe mir ja die Unterlagen herausgeholt und ich habe dann ja auch gesagt, eigentlich sind es Strohfirmen. Also es können nicht diese Firmen sein, die die Projekte betreiben. Es müssen andere sein, nur die sind nicht bekannt. Was heißt das denn? Ja, entweder gibt es die nicht oder die wollen nicht genannt werden oder aus irgendwelchen Gründen. Und das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist ja die Frage, die Herr Seveneck gar nicht beantworten müsste, aber er bleibt jede Antwort schuldig. Und da ist aus meiner Sicht der Punkt einfach, wo man sagen müsste, halt, bevor die Dinge nicht zweifelsfrei feststehen, sollte man keine Zeit verschwenden und sich mit solchen Projektentwicklern unterhalten. Es gibt andere, die seriös arbeiten. 100 Kilometer weiter südlich, in Bonn, will Roger Seveneck seit mehr als vier Jahren ins Geschäft kommen. Hier geht es um die Erneuerung des Bahnhofsvorplatzes, der sogenannten Südüberbauung, wo Seveneck mit der German Development Group ein modernes Einkaufszentrum errichten will. Die CDU-Ratsmehrheit vertraut dem holländischen Investor. Die Opposition aber und auch die Stadtverwaltung haben große Zweifel. Als Stadt selbst, unsere Verwaltung selber hat vor dem Investor gewarnt. Die Verwaltung hat gewarnt. Es ist ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwaltskanzlei in Bonn, eine wirklich honorige Anwaltskanzlei beauftragt worden, die das alles überprüft hat. Der Rechtsanwalt hat uns im Stadtrat gewarnt vor dem Investor, weil das Gebaren so ungewöhnlich ist. Dennoch entscheiden die Mehrheiten. Und die Mehrheitsfraktionen haben für den Investor entschieden. In Bonn ist Investor Seveneck trotz der Zweifel auf einem guten Weg. Die wichtigen Entscheidungsträger hat er auf seine Seite gezogen. Dabei weiß immer noch niemand genau, wer dieser Investor eigentlich ist. Hat er überhaupt Geld zur Verfügung? Ist er ein Hochstapler? Oder gibt es heimliche Finanziers? Fragen über Fragen. Nur die Stadtväter wollen sie nicht stellen. Haben Sie denn Kontakt zu den Bonner Kollegen aufgenommen? Ich persönlich habe noch keinen Kontakt aufgenommen. Nein, aber wir stehen in Kontakt mit Herrn Seveneck. Im Mai und im Juni ist es ruhiger geworden in der Zinkhütten-Siedlung. Die letzten Protestaktionen sind schon eine ganze Weile her. Einige Mieter haben dieses schwelende Gefühl der Unsicherheit nicht länger ausgehalten und sind bereits ausgezogen. Wer wird wohl als Nächster ausziehen? Die Strategie des langen Atems, die Roger Seveneck mit dem Alteigentümer Emeo ausgehandelt und von Anfang an verfolgt hat, beginnt Früchte zu tragen. Nur der harte Kern der Widerständler trifft sich noch von Zeit zu Zeit zwischen den Häusern und macht sich gegenseitig Mut. Naja, ihr macht das schon. Sind verdammt viele ausgezogen, ne? Nö, so viele sind das noch nicht. Also ich habe die Hälfte wohnt noch hier. Also es ist relativ viel dargestellt. Und davon waren schon 40 weg, also 90. Also von daher, und das ja welche ausziehen, war ja von vornherein klar gewesen. Das sind aber auch welche, da sind welche verstorben. Dann sind die Single-Wohnungen, dann ziehen die Frauen, ziehen dann nach ihre Freunde. Und dann ältere Herrschaften, die dann von ihren Kindern rausgenommen werden, weil sie den Druck nicht mehr standhalten. Dann ist ja nun mal Ungewissheit und Druck da. Und ich möchte mich nicht, normalerweise der Herr Ziegler von Emeo oder der Herr Seveneck, die müssten jeden Tag hier hingehen und sich bei den alten Leuten entschuldigen, was die denn anschauen. Also manche, wenn man sie trifft, sind so dran, sind am Weinen. Wir nehmen die in die Arme und sagen immer, wir schaffen das, wir halten alle zusammen. Aber trotzdem, wenn die Dame dann zu Hause alleine sitzt, kommen dann doch wieder die Emotionen hoch. Emeo-Chef Walter Ziegler ist mit der Entwicklung sehr zufrieden. Schneller als erhofft ist die Zinkhütten-Siedlung schon fast halb leer geräumt. Dabei gibt es noch viele Fragezeichen. Die Bewohner der Zinkhütten-Siedlung verstreuen sich mehr und mehr in alle Winde. Doch ob hier bald das geplante Outlet-Center entsteht, ist gar nicht sicher. Einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt es noch nicht. Die Bürgerinitiative aber gibt nicht auf. In einer Podiumsdiskussion Ende Juni treffen die Kontrahenten erstmals wieder aufeinander. Richard Wittsiepe, der Duisburger Wirtschaftsprüfer, will Investor Seveneck hier zur Rede stellen und endlich Auskunft über dessen Finanzkraft erhalten. Woher wollen Sie 125 Millionen Euro nehmen? Legen Sie bitte offen, wer wirklich der Investor ist. Was entgegnen Sie da? Also ich schätze, dass wir mit sehr professionellen Parteien zusammenarbeiten, auch der Verkauf für Emeo. Sie können sich doch nicht vorstellen, dass Emeo ein grüßiger Meo verkauft, ohne dass wir Geld haben. Also ich möchte das auch so bleiben, dabei bleiben. Keine Antwort. Seveneck weicht aus. Warum? Am Ende der Veranstaltung wollen wir da noch einmal nachhaken. Wieso wehrt sich Investor Seveneck nicht gegen den massiven Vorwurf, gar nicht solvent zu sein? Also lassen Sie so sein, wir treffen Maßnahmen, wobei wir uns selber haben Absicherung, dass so etwas nicht mehr über uns gesagt wird. Sie können sich vorstellen, wir sind Investoren, wir haben das Geld, aber es ist nicht so, dass wir alles in ein Projekt am gleichen Moment reinsetzen. Das machen wir am Moment, dass das Projekt mehr Geld braucht. Und zurzeit braucht das Projekt kein Geld. Das braucht es erst am Moment, dass wir tatsächlich das Projekt qualitieren. Und dann sorgen wir, dass die Ressourcen da sind, so wie es üblich ist in Projektentwicklung und Investmentbereichen. Aber Herr Dr. Witzig hat gesagt, hinter der GDG stecken schlicht Strohfirmen. Also noch einmal, diese Beschuldigung, die er da äußert, ist Lästerung und wir gehen auch nicht rauf ein. Und Sie haben ihn bisher noch nicht verklagt? Wir haben ihn bisher noch nicht verklagt. Und das wollen wir auch nicht tun? Nee, wir schauen mal. Roger Seveneck bleibt im Ungefähren. Die Dinge entwickeln sich gut in Duisburg. Warum sollte er seine Taktik ändern? Die übrig gebliebenen Mieter in der Zinkhütten-Siedlung sieht er nicht als großes Problem. Die unerfahrenen Alten hier sind für den Investor kein ernstzunehmender Gegner. Und außer ihnen hat er keine. Bis zum Sommer 2012. Da beginnt ein anderer älterer Herr, gegen Roger Seveneck in Stellung zu gehen. Walter Bruner aus Düsseldorf. Der 86-Jährige gilt als engagierter Stadtplaner und zugleich als ausgewiesener Shoppingcenter-Experte. Dutzende davon hat er selbst in seinem Leben entworfen. Darunter die berühmte Köh-Galerie und die Shadow-Arkaden in Düsseldorf. Inzwischen ist er zum scharfen Kritiker von Einkaufszentren auf der grünen Wiese oder am Stadtrand geworden. Damit werden die Innenstädte systematisch zerstört, schreibt er auch in seinem Buch Angriff auf die City. Über das geplante Outlet-Center in Duisburg ist Bruner geradezu entsetzt. Auch die Entscheider, auch die Politiker werden getäuscht. Die wissen nicht, was sie da tun. Ich kann nur sagen, dieses Wolf im Schafspelz, dass ich da mit einem Outlet-Center einliste, in eine Stadtrand von Duisburg, ist das Ende dieser Stadt. Das ist wirklich nicht oft so. Und sie können es nicht wieder ändern. Das ist nicht reversibel. Das ist einfach da. Das bleibt da. Walter Bruner hat Briefe geschrieben an die Politiker. Er will seinen Einfluss geltend machen, um Duisburg noch vor dem Outlet-Center zu bewahren. Und wenn man dann sagt, ja, Duisburg braucht Geld. Wer ist denn die ärmste Stadt im Ruhrgebiet? Wer hat denn die größten Schulden? Wer kommt dann schlechtestens zurecht? Oberhausen, die das größte Center haben. Die geht es am schlechtesten in der Finanzkasse. Also die sollen dann nicht erzählen, dass sie dadurch mehr Geld kriegen. Im Gegenteil. Denn die guten Geschäfte, die eingesessene Geschäfte der Innenstadt, die zahlen ihre Gewerbesteuer 100 Prozent in Duisburg. Während die Geschäfte, die jetzt da reinkommen, ein großer Teil wird ja ergänzt durch Filialisten. Und die Filialisten, die haben ihre Hauptverband in Wiesbaden oder in Berlin oder in Hamburg, die zahlen einen Anteil aus. Es gibt eine Quotenteilung da. Auch einen Anteil, aber unterm Strich viel weniger als der eingesessene Laden in der Innenstadt. Das heißt also unterm Strich, wenn sie weniger Arbeitsplätze haben und weniger Steuern haben. Und das Ganze ist also wirklich eine Patrugsmaschine größter, größter, größter Ordnung. Eigentlich müssen die Leute bestraft werden, nach meinem Ansicht. Den Leuten die Heimat zu nehmen, der Zuhause zu nehmen, wo sie sich glücklich fühlen, wo sie schön wohnen, wo sie alles haben, was sie zum Leben brauchen. Durch den Einsatz von Walter Brune dreht sich die Stimmung in der Siedlung wieder. Der alte Kampfgeist ist plötzlich wieder da. Im August sind die verbliebenen Mieter am Zinkhüttenplatz wieder näher zusammengerückt. Neue Aktionen werden geplant, Strategien entworfen. Horst Niefzols Müdigkeit ist verflogen. Im Vergleich zu Weihnachten 2011 fühlt er sich jetzt den Herausforderungen viel besser gewachsen. Voriges Jahr waren wir ein bisschen geknickt. War alles noch so frisch. Man hat sich noch nicht so reingearbeitet in die Sache. Man ist noch ziemlich dumm gewesen, unerfahren in allem überhaupt. Weil wir ja nur negativ, immer drauf, immer drauf auf uns und wir wussten uns noch nicht zu wehren. Mittlerweile haben wir uns ja ein bisschen durchgearbeitet und haben auch Hilfe von außerhalb. Das bringt ja viel auch, wo man sich dran festhält. Das ist wie so ein Strohhahn. Seine Internetaktivitäten haben ihm allerdings Ärger eingebracht. Investor Savenheck fühlte sich beleidigt. Ich habe den Seine Kaskop genannt, oder Kaskop. Habe meine 250 Euro Strafe bezahlt. Er wollte ja 750 haben. Herr Seine? Ja, verklagt. Wo habe ich denn? Irgendwo habe ich die Unterlagen. Wo habe ich die jetzt beim Anwalt noch liegen? Ja, ja, der hat mich verklagt. Hier über seine Anwälte. Hier haben wir da so ein dickes Ding geschrieben. Die Seite habe ich auch schon gelesen. Als Stand, der habe ich mal zufällig geschrieben. Der Kaskop war hier oder irgendwann. Ich weiß es gar nicht mehr, weil das war hier. Irgendwas ist an der Beleidigung. Das ist aber schon hart, dass er Sie verklagt hat. Und Herr Dr. Witz-Siepe, der gesagt hat, Herr Seine, Herr Kaskop hat nur Strohhahn, hat er nicht verklagt? Ja, das ist irgendwie, da gehe ich dir wohl zu sehr am Sack mit meiner Internetseite, vermute ich mal. Gute Stimmung auch beim Ehepaar Vibus. Sie haben alles gesammelt, was in diesem Jahr zur Zinkhüttensiedlung veröffentlicht wurde. Ihre schönste Trophäe ist ein Gedicht. Man hat es viel zu spät durchschaut, das Outlet-Center wird gebaut. Da geht man wirklich über Leichen. Tausend Bürger müssen weichen, weil man, das hat kein Mensch gedacht, aus deren Heim einen Parkplatz macht. Menschen, die 50 Jahre hier wohnen, das muss man wirklich mal betonen, werden plötzlich rausgeschmissen und um ihr Lebensziel beschissen. Genau, damit der Herr Investor dann sich seine Taschen füllen kann. Wie kann man das im Rathaus dulden, tilgt das dann etwa Duisburgs Schulden und so weiter und so weiter und so weiter. Wie sieht das für Sie aus? Wollen Sie jetzt ausziehen oder wollen Sie bleiben? Wir bleiben. Ein kleines Grüppchen ist noch und ich würde sagen, wir bleiben. Ja, ist egal, wir haben uns schon einige Wohnungen angeguckt, aber wir sind immer zu dem Schluss gekommen, wir haben nicht das gefunden, was wir gesucht haben. Das stimmt. Still ist es, wie immer in der Wohnung von Ursula Masseling. Rummel um sich herum kann sie nicht leiden und umziehen will die menschenscheue 82-jährige Dame schon gar nicht. Ja, wenn man so alt ist, sich irgendwo neu einleben, dann ist nicht so einfach, wenn man nicht gerade himmelhoch jaucht und immer auf die Leute zugeht. Und ich bin auch nicht der Mensch, der jedem gleich um den Hals fällt und sagt, guten Tag, da bin ich. Bei mir würde es auch lange dauern, bis ich mich irgendwo eingelebt habe. Und Sie wollen sich nirgendwo annehmen? Nee, ich will nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Und Sie kämpfen jetzt auch dafür, dass Sie hierbleiben dürfen? Naja, wir unterschreiben die Briefe und wir machen ja immer Veranstaltungen da auf der Wiese. Naja, da gehen wir ja dann hin und zeigen denen, was wir wollen. Und Sie glauben, Sie gewinnen? Ich hoffe es. Die Hoffnung soll ja bekanntlich zuletzt sterben. Vielen Dank. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. Vielen Dank.